Wie damals bei Sarah, nach den aktuellen Medienberichten um einen Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rüpper fühlen sich die Fans an einen ähnlichen Vorfall mit Pietros Ex-Sara Engels erinnert. Was damals passierte? Vor wenigen Wochen haben sie gerade erst ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Söhnchen Amelio Elia sollte das Glück von Pietro Lombardi, 32, und seiner Verlobten Laura Maria Rüpper, 28, perfekt machen. Doch statt Familienidylle mit Neugeborenem und Kleinkind kam es in der Nacht zum 7. Oktober zum Polizeieinsatz. Wie die Bild berichtet, habe die frischgebackene Mama selbst die Beamten alarmiert. Zwar dementiert Lombardis Anwalt Simon Bergmann, 58, gegenüber der Zeitung entschieden, dass der Sänger handgreiflich geworden sei. Unser Mandant hat in der Nacht zum 7. Oktober 2024 keine Gewalt gegenüber seiner Verlobten angewandt. Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, die mit beidseitigen Beleidigungen verbunden waren. Es kam im Rahmen dieser emotionalen Auseinandersetzung auch zu gegenseitigen Berührungen, nicht aber zu einer Gewaltanwendung unseres Mandanten gegenüber seiner Verlobten. Soweit die Beamten vor Ort etwaige Verletzungen wie Druckstellen am Körper der Verlobten unseres Mandanten festgestellt haben wollen, stammen diese nicht von einer Gewaltanwendung durch unseren Mandanten. Dementsprechend hatte unser Mandant seine Verlobte auch nicht verletzt. Dennoch werde gegen ihn wegen Körperverletzung ermittelt. Wie anwaltlich bestätigt wurde, sei es zum Kontaktverbot Pietrus gekommen, das heißt, dass er sich seiner Verlobten vorerst nicht nähern darf. Zudem dürfe er seine Villa nicht mehr betreten. Dies sei ein normaler Vorgang, wenn der Vorwurf der häuslichen Gewalt im Raum steht. Der SDS aus? Pietrus Ruf steht auf dem Spiel. Während Fans über Social Media bereits seinen DSDS-Rauswurf fordern und RTL laut Bildinfos bereits eine Krisensitzung einberief, äußerte sich das Paar bei Instagram übereinstimmend zur Berichterstattung. Dort heißt es, Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird. Wir verstehen, dass viele Fragen haben. Wir bitten die Medienvertreter von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen. Was wirklich passiert ist, wissen derzeit nur die beiden. Laura habe die Polizei aufgrund einer hohen emotionalen Erregung gerufen, die im Nachgang einer verbalen Auseinandersetzung entstanden war. Wie damals bei Sarah, Fans ziehen Parallele zu Polizeieinsatz und Drohvideo von 2016. Der Vorfall weckt jedoch dunkle Erinnerungen an ein ganz ähnliches Ereignis vor rund acht Jahren, das sich zwischen Pietro und seiner damaligen Ehefrau Sarah Engels, 31, abspielte. Wie damals bei Sarah, schreibt eine Userin jetzt auf Instagram in Anspielung darauf. Eine weitere kommentiert, also bei Sarah gab es auch schon einen Vorfall, den hat Sarah gefilmt, wie er äußerst aggressiv vor ihr stand, drohend, Daumen runter. Das möchte ich nicht mit meinem Freund erleben, nachdenkliches Gesicht. Was war passiert? Im November 2016 hatte Pietros damalige Partnerin während eines Streits mit dem DSDS-Juroren die Polizei alarmiert. Zuvor war bekannt geworden, dass sie ihren Ehemann mit ihrem Ex-Freund betrogen hatte. Die Vorfälle lösten ein enormes Medien-Echo aus. Damals geriet ein von Sarah selbst gedrehtes Video, unten Ansehen, an die Öffentlichkeit, das Pietros Saubermann-Bild in der Öffentlichkeit nachhaltig beeinträchtigte. Es soll die Momente zwischen den damaligen Eheleuten zeigen, nachdem die alarmierten Polizisten weg waren. Lombardi wirkt in dem 57-Sekunden-Clip aufgebracht, er beschimpft Engelswüst. Ich schwöre bei Gott, ich äff dich richtig. Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod.